Willkommen in der Arktis, einen der härtesten und atemberaubendsten Orte der Welt. Für diese Eisbärenmutter und ihre Jungen ist jeder Tag ein Abenteuer. Jede Jahreszeit bringt neue Herausforderungen mit sich. Und überall lauern Gefahr. Sie muss ihren Jungen beibringen, wie man unter extremsten Bedingungen überlebt. Und wenn sie Glück haben, werden sie dieses Wissen eines Tages an ihre eigenen Familien weitergeben. Disney Nature präsentiert eine Reise voller Hoffnung. Durchsetzungskraft Und Familienzusammenhalt Disney Nature's Eisbären Streamen ab 22. April Nur auf Disney Plus